Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei ArchieGaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es ein weiteres Informationsvideo. Wir wollen uns heute um die Winter Wild Cards. Karten um die Promo einmal kümmern. Sie geht morgen Abend los. Freitagabend startet die Promo Winter Wild Cards und wir werden heute alles gemeinsam, was ihr wissen müsst, rund um diese Promo einmal durchgehen. Heißt zum einen, wir schauen uns das Team an, die Leaks natürlich. Was kommt für SBCs, was kommt für Objectives etc. pp. Alles rund um die neue Promo werde ich euch heute hier in diesem Video mitteilen. Bevor wir rein starten ins Video, könnt ihr gerne schon mal eins zu und zwei mit dem Video interagieren. Support ist kein Mord. 500 Likes gebe ich mir wieder als Ziel raus und an dieser Stelle auf jeden Fall fettes Dankeschön, denn im gestrigen Mittag Video, was extrem gut bei euch ankam, haben wir über 900 Likes, über 200 Kommentare und ihr seid komplett eskaliert. 23.000 Views hat das Ganze jetzt und ihr seid komplett alles am Rasieren. Also Dankeschön auf jeden Fall für euren fetten Support und ihr seht es, ihr könnt uns auf jeden Fall unterstützen mit Interaktion. Also wenn ihr es noch nicht getan habt, gerne einmal unten den Daumen zerstören. 500 Likes gebe ich jetzt hier raus, lasst uns wieder die so gut wie möglich, so schnell wie möglich vor allen Dingen voll machen und lasst mich gerne eure Meinung wissen, zum Beispiel zum neuen Kartendesign, der neuen Promo. Gerne reinschreiben in die Kommentare, wie ihr dieses Kartendesign findet. Ja und wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr gerne auch kostenlos einmal die Glocke aktivieren. Wir sind jetzt kurz davor, die 50.000 Abonnentenmarke zu knacken und es ist natürlich nice, wenn wir das dieses Jahr auf jeden Fall noch voll machen könnten. Also teilt das Video auch mit euren Freunden, teilt die Informationen, denn wir haben einiges, was wir heute angreifen und das ist wirklich nicht wenig. Einiges auf jeden Fall, was wir angehen müssen. Und zwar gehen wir weiter im Startscreen. Winter Wildcats, nicht nur da angeteasert, sondern auch tatsächlich dann am Samstagabend kommt das, also während der Winter Wilds Promo, die FUT22 Prime Icons kommen endlich raus und das Ganze ist ab Samstagabend, dann sind sie endlich ingame, beziehungsweise in PAX verfügbar. Also das auf jeden Fall schon mal die erste Information und jetzt starten wir rein mit den Winter Wildcats. Und da geht die erste Information schon mal raus, Nelson Semedo. Da wird eine offizielle Karte rauskommen, 86er Overhaul mit 90 Pace, 84 Def, 84 Füße, außerdem 87er Dribbling, 76er Pass und 63er Schuss. Ja, die erste Karte, Nelson Semedo. Wir gucken uns natürlich gleich die ein oder anderen Karten nochmal komplett an. Bei FUTBIN, das ist auf jeden Fall klar. Und wir gehen direkt weiter zum nächsten Spieler und das ist, ja, altbekannt aus der Bundesliga, ein Soho, Freunde. Ein Soho, der natürlich dann wunderbar zu einem, ja, frisch verliest sozusagen sowohl Eis- als auch die Feuerkarte von einem Mbappu. Natürlich perfekt klingt. Und guckt euch mal bitte diese geisteskranken Stats an. Also lasst mich gerne auch eure Meinung wissen, natürlich zu den jeweiligen Spielern. Auf welche Karte freut ihr euch am meisten? Lasst es mich wissen in den Kommentaren oder guckt euch das mal an. 85 Tempo, 75er Schuss, 90er Pace, 86er Dribbling, 90 Def und dann auch noch oben rein 87er Füße. Das wird geisteskrank. Also das wird eine der besten Mittelfeldkarten ever. Und auf die Karte freue ich mich persönlich auf jeden Fall, stand jetzt am meisten. Gehen wir weiter zum nächsten und das ist ein Goran Pandev. Der wird während dieser Promo als SBC rauskommen. Wann genau, ist noch nicht hundertprozentig klar. Ihr seht es aber da, boosted Pace, logischerweise. Ja, wir haben die Pandev-Karte, da können wir direkt mal reingehen. Wir haben die Pandev-Karte hier mit Silber. Natürlich überhaupt kein Pace, er hat aber vier Stellen, drei Stellen zumindest. Mal gucken, wie es da mit den SBCs aussieht. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Also Goran Pandev ist auf jeden Fall auch, kommt als SBC. Bleiben wir bei den Squad Bending Challenges und da haben wir ein Winter Wildcard Zaha SBC am Start. Die wird kommen sehr, 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 sehr. Hier stellen wir uns drauf auch noch, can't confirm anything regarding position changes or weak foot skill moves. Also einige werden Position Changes auf jeden Fall haben. Auf jeden Fall wird diese Zaha SBC kommen. Ich glaube auch vielleicht auch schon diesen Samstag oder was, eine andere SBC. Wir gehen das Ganze gleich einfach mal durch. Gehen wir weiter, Winter Wildcard Modric wird im Team drin sein. Stats are predicted but will be juicy and ZM-Position am Start. Außerdem Pogba und Fabinho, Pogba Hületke, also alle Stats über 80 sind hier auch am Start. Also das auf jeden Fall richtig coole Geschichte. ZM Modric, der nächste aus der La Liga, Mittelfeld ist da am Start. Wir machen weiter mit einem Altbekannten aus der Futmus-Promo. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, die damalige SBC, ich glaube das war die überteuerte Squad-Bending-Challenge-Videos hier auf jeden Fall auf dem Channel noch zu finden. Wir haben Luke Bakio am Start, ja. The man, the meme, the legend. Ja, also since Leaks are starting anyway, hat er nämlich mal reingestartet. Trusty Foot Trader, he's one of the biggest footman legends we had in recent years. Ihr könnt euch bestimmt daran erinnern, also Winter Wild Kai, Luke Bakio kommt raus, Stats, wie gesagt, noch nicht draußen, Luke Bakio können wir uns aber drauf freuen. Außerdem draußen ein Jonathan David, Freunde, ein Jonathan David, ein Jonathan David. Die Karte wird geisteskrank, mir gefällt schon die Inform-Karte sehr, 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 sehr gut. Und Stats are not confirmed, auch bei dieser Karte wiederum. Aber dass die geisteskrank wird, das brauche ich euch nicht sagen, wir können mal kurz reingucken in die David-Karte. Ach, die ist schon ein Träumchen. Jonathan David, er mit seinen 5-Stern-Weak-Foot, 3-Stern-Skills, sehr, sehr geil. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Und, ja, machen wir weiter. Neben meinem David haben wir, hier seht ihr es einmal, die Soul-Stats nochmal, also eben schon der Band, Just the Visualizer. Wollte ich euch auch einmal kurz zeigen. So sieht es dann aus. Das Karten-Design persönlich finde ich einfach ein bisschen weihnachtlich, auch passend einfach so ein bisschen jetzt zu der weihnachtlichen Promo. Es geht langsam los. Wir haben heute den 16. Die Promo kommt langsam. Die Woche drauf ist Weihnachten. Und dann steht auf jeden Fall noch, bleibt auf jeden Fall im Video hier dran, Freunde, einiges, worüber wir quatschen. Es ist Wahnsinn, was da Richtung Weihnachten auf uns zukommt. Machen wir weiter. Finally a crazy Metacard. Wir haben Pogba, der hier mehrfach geleakt worden ist. Wahnsinnskarte, Freunde. Guckt euch das mal bitte an. Da bleiben wir im Mittelfeld und es bleibt geisteskrank. Pogba, 82er-Pace, 84er-Schuss, 89er-Passen, 90er-Dribbling, 80er-Dev und 86er-Physis. Die Karte brauche ich definitiv. Momentan auch den normalen Pogba am Start. Insofern, das auf jeden Fall ein Must-Have. Der Link zu CR7 mit dem Frankreich-Link. Oh mein Gott. Ja, und dann machen wir weiter. Direkt daneben haben wir, und das sind jetzt direkt drei Karten. Ihr seht hier unten den Visualizer visualisiert. Ihr seht es hier, wir haben ein Namer. Ein Namer, Freunde. Stürmerkarte. Wir haben Stürmer-Kumor am Start und einen Pogba eben ja erwähnt. Und es wird geisteskrank. Es wird geisteskrank. Also, hier wird es auch nochmal reingeschrieben. This problem will come here. Hoping for daily SBCs as well. Gonna hold my Borella for longer now. Confirmed winter wildcard stats and positions of Namer, Pogba und Comor. Also, ZM Pogba, Stürmer Namer, können wir uns drauf freuen. Und dann die Comor, ebenfalls eine Stürmerkarte. Geisteskrank. Ja, und dann haben wir hier eine SBC, Freunde, habe ich auch rausgesucht. Maglor SBC. Ihr fragt euch jetzt auch, wait, wait, wer? Hat er sich was geschrieben? Wollt ihr Maguire schreiben? Nee, Freunde. Maglor. Und ich bin da draufgegangen und ich sehe, oh, ja, der hat einfach 89 Pace. Und dann sind wir bei einem Thema, was wir die letzten Tage schon sehr viel hier auf dem Channel besprochen haben. Ich habe es euch mehrfach gesagt. Innenverteidiger und Tempo. EA bringt einfach massiv, also schon seit Anfang von FIFA, massiv viele Innenverteidiger. Ob das ein Piquet ist, ein Süle und ich kenne euch tausend andere noch. Die liegt damals mit der SBC zum Beispiel, die rausgekommen ist. Wir haben die Kielinie SBC draußen. Also Innenverteidiger auf allen Positionen, in allen Ligen, Positionen der Ligen, also in allen Ligen verfügbar. Innenverteidiger und hier jetzt der Nächste für die englische zweite Liga. Ja, und wenn wir in die englische zweite Liga gehen, dann wisst ihr Bescheid. Objectives gerade auch jetzt hier durch die, ja, durch die Ziele quasi. Pass, Grant, je nachdem, was ihr da, je nachdem gewählt habt oder wählt. Ja, insofern hier die nächste Special-Karte für die zweite englische Liga. Müssen wir einfach so sagen, wie es ist. Also, er kommt als Squad-Belding-Challenge. Wie, wann und so weiter und so fort, wissen wir noch nicht. Aber das ist auch einfach mal witzig, dass hier so eine, ja, eine Pacey-Bronze-Karte als SBC heraushauen. So, machen wir weiter. Und das hier ist einmal die ganze Geschichte, die jetzt hier interessant wird. Folgendes. More Winter-Karts Players heißt es hier. Dann haben wir einmal Junio Messias als Objective. Falls ihr den nicht kennen solltet, dann ist einiges an euch vorbeigegangen. Junio Messias ist jetzt ausgeliehen nach Milano. Und wenn wir hier in die Grations reingehen, dann sehen wir hier, der Spiel eigentlich bei Cotrone. Ist jetzt ausgeliehen, hat Champions-League-Spiele unter anderem auch schon gemacht, Tore gemacht. Ist euch da auch vielleicht bekannt. Drei-Ständer, drei-Ständer, Brasilien. Und Milan-Link ist hier einmal am Start. Der kommt anscheinend als Objective. Ja, nicht nur anscheinend, sondern der kommt fest als Objective. Da können wir uns auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Außerdem ein Günther. Dann haben wir Daka und die McLaurie-SBC ist hier auch nochmal drin. Also er wird auf jeden Fall kommen. Gut, und zu Daka und zu Günther muss ich euch nichts sagen. Daka natürlich hier. Pacey, wie sonst war es. Drei-Ständer, drei-Ständer ebenfalls. Premier League. Und dann haben wir Günther. Hier, zack, von Freiburg natürlich. Der hat schon den Inform. Er wird ebenfalls einmal rauskommen. Ja, wir werden bei dieser ganzen Geschichte bleiben. Freunde, hier ist es am Start. Wir sind tatsächlich wieder bei einer Swaps-Geschichte. Gestern kam Icon-Swaps. Ja, und Winter Wildcard-Swaps. Oder wie auch immer es dann am Ende des Tages heißt. Das wird rauskommen. Und zwar können wir für zwei Token ein 50k-Pack uns abholen. Für drei Token können wir ein 81er bis 89er mal 10er-Pack uns abholen. Fünf Token gibt es dann für ein 125k-Pack. Beziehungsweise umgekehrt, ein 125k-Set für fünf Token. Weiter geht es mit acht Token für den besagten Winter Wildcard. Günther und DACA gibt es für zwölf Token. Fünfzehn Token müssen wir dann abgeben und bekommen ein 10 mal 85-Plus-Pack. Ja, und was ist das jetzt eigentlich? Dieses Winter Wildcard-Swaps-System. Ja, und hier ist jetzt einiges mehr an Informationen für euch da. Und zwar heißt es hier, For the new Winter Wildcard-Swaps, As far as I know, There is 24 Tokens. Also 24 Tokens sind da am Start. You do objectives to earn them. Also wir müssen objectives machen, um die, ja, im Endeffekt ist es so wie Meilenstein, wie jetzt in Meilenstein mit Icon-Swaps. Wir müssen irgendwas erledigen, damit wir die Token logischerweise einsammeln. Sobald das rauskommt, und da haben wir das Startort um 26. Dezember geht das Ganze los. Starts December 26. Also wir können uns darauf freuen. Während quasi, ja, ähm, der Winterferien für euch sozusagen, die jetzt vielleicht auch noch in die Schule gehen oder sowas, ja, äh, also um die Winterzeit, dann quasi in den Anführungsstrichen Ferien, könnt ihr euch dann ganz entspannt aufs Grinden konzentrieren und halt die Winter Wildcard-Swaps einsammeln und die Token einsammeln für die besagten eben erwähnten Objectives. Ich denke, das ist eine ganz coole Geschichte, dass da was dabei ist. Ähm, können wir uns auf jeden Fall darauf freuen. Und, äh, mal gucken, vielleicht ändern sich ja auch noch mal die Rewards, aber Freunde, es ist schon geleakt. Wir kennen, wissen, wie das Ganze aussieht. Und hier haben wir jetzt nochmal das komplette Team für euch, also Full-Promo-Team ist einmal geleakt. Neymar, ja, massiv. Ich freue mich extrem auf einem Neymar, der natürlich dann wunderbar auch zu linken ist mit der, äh, Paris-Ecke. Also, falls ihr zum Beispiel dann die linke Flügeposition von MAP habt, dann könnt ihr links MAP, in der Mitte Neymar und rechts zum Beispiel Messi's spielen, auch wenn natürlich die eine, ähm, MAP-Karte anderes, derzeit logischerweise nicht so nice ist, wie die normale MAP-Karte. Ja, Modric schauen wir dann, wie gesagt, am Start. Pogba, Fabinho, Comor als Stürmer. Wir haben Savic, den wir eben noch nicht hatten. Savic, wir haben außerdem ein Spinazzola. Wir haben Tarabt, den kennen wir alle. Ähm, und dann haben wir einen Embarba, den kennt er vielleicht nicht, also gehen wir vielleicht auch nochmal auf, äh, Tarabt ein. Moment. Ähm, da ist er am Start, jetzt in der Liga NOS unterwegs, bei Benfica, mit 4 Stern, 4 Stern, natürlich, die ist sehr, sehr beliebt. Und dann, äh, eben erwähnt, hier, so Freunde, hier haben wir jetzt gerade eine ganz aktuelle Information, vor 3 Minuten ist das getwittert worden, und zwar haben wir die Tarabt-Karte am Start, die Steps einmal, außerdem Weakfoot und Skillmove. Upgrade, äh, ja, das ist natürlich, also, wenn der 5 Sterne, 5 Sterne kriegen wir, oder das wäre geisteskrank, alleine 5 Sterne, 4 Sterne wäre schon nice, oder auch 4 Sterne, 5 Sterne, je nachdem, wie man das Ganze sieht. Also, wir können uns darauf freuen, Adel Tarabt, was wird das bitte für eine geisteskranke Promo? Lasst mich gerne mal eure Meinung wissen, es wird Wahnsinn. Mit, äh, Embarba, ja, kennt er vielleicht auch nicht, er hat auch 4 Sterne, 4 Sterne, und ich wusste es überhaupt gar nicht mehr, aber FIFA 21 mit dem Team of the Season um die Ecke gekommen, habe ich überhaupt nicht mehr in Erinnerung gehabt, 4 Sterne, 4 Sterne hat er in der spanischen Liga, bei Español spielt der Kollege, also, da auf jeden Fall, da die Erinnerung an euch. Außerdem, das Semedo, ganz am Anfang erwähnt, wir haben Pau Torres am Start, Freunde, da sind wir halt wieder, ich weiß nicht, was die A4 hat, aber bis zum Team of the Year, beziehungsweise Team of the Season, dann, ich glaube, die wollen einfach so viele massive Innenverteidiger rausbrachen, Pau Torres, weitere Innenverteidigungen, dann für die Liga, ja, weiter geht es dann mit David, haben wir erwähnt, Ascher und Pong, kennt ihr auch bestimmt alle, habt ihr endlos wahrscheinlich schon gezogen, er ist hier einmal am Start, auch wieder Pacey, wie sonst was, 4 Sterne, 3 Sterne bringt er mit, hoffentlich mit ordentlich Schuss und Passboost, dann geht es weiter mit dem Mbolo, ja, weiterer Schweizer, die Frage ist da, ob da jetzt durch die Leaks ein bisschen durcheinander gekommen ist, das wäre natürlich heftig, wenn jetzt noch ein Brille Mbolo kommt, ich gehe mal davon aus, dass die Leaks stimmen, was ich halt wie gesagt, dann nur ein bisschen weird finde, ist die Tatsache, dass wir natürlich dann einen, ja, nicht nur eine Zakaria Karte haben, eine richtig nice, wir haben dann auch noch eine So-Karte, und halt dann jetzt auch noch eine Mbolo Karte, also da haben wir dann wirklich wunderbar, ja, 4 Spieler aus der Bundesliga, die man wunderbar zueinander linken können, also die Schweizer werden sich definitiv freuen, und auch Bundesligaspieler, Nia Karte haben wir da als nächste Karte, gucken wir uns auch kurz an, und apropos Freunde, das Pack übrigens, ja, ist jetzt übrigens draußen, ja, das Pack zu der Next Generation Geschichte ist übrigens draußen, hier sind wir dann wieder in der Bundesliga, Frankreich, Link ist da, und da hoffen wir natürlich auch den nächsten, wir sind beim Thema, Pacey Innenverteidiger, ja, also für die, die das Video gestern gesehen haben, Freunde, und Probleme mit den Packs haben, das Pack ist jetzt draußen, für die Next Generation Spieler, lasst mich da gerne nochmal wissen, wie es aussieht, was habt ihr gezogen, Hernandez, Kamavinga, Foden, Mbappé, ist es ein Pulisic bei euch geworden, lasst mich mal in den Kommentaren wissen, wen ihr gezogen habt, hier aus der Next Generation Promo, also, der nächste Innenverteidiger, Nia Karte, wir haben Luki Bakio, ebenfalls aus der Bundesliga, haben wir eben schon bequatscht, Tuan Sebe und Graham, Tuan Sebe und Graham, okay, gucken wir uns Graham an, erstmal, wen haben wir denn da Graham, Jordan Graham vielleicht, könnte sein, RM, oh ja, 4 Sterne, 5 Sterne, Skills und Wii, oh mein Gott, und dann sind wir wieder in der Championship, Freunde, okay, also da seht ihr, was die A4 hat, das ist echt nice, und Tuan Sebe, mal gucken, wer das ist, Tuan Sebe, oh Freunde, Premier League, der nächste Innenverteidiger, wow, also Freunde, Innenverteidiger und Premier League, wir können gerade nochmal positionmäßig nachschauen, aber da haben wir doch auch schon, Ruben Dias, Christensen mit 80 Pace, wir haben Varane natürlich, wir haben Rüdiger, wir haben jetzt die beiden Gomez-Versionen, also es hört nicht auf, Innenverteidiger und die A, die lieben sich auf jeden Fall, also ihr seht, das, das Team, Graham, Tuan Sebe, Luque Bakio, Nika T, Mbolo, Wahnsinn, ein Wahnsinns-Team, was uns da am Freitag erwartet, wir werden uns das morgen alles im Detail, morgen Abend natürlich anschauen, wenn ihr nichts verpassen wollt, rund um FIFA, auf Informationsvideos, SBCs, Pack Openings und mehr, lasst gerne kostlos einmal ein Abo da, lasst Support da, Dankeschön für euren Support, lasst Liebe da, und wir sehen uns natürlich dann heute Abend wieder, beim frischen neuen SBC Content, haut rein, euer Flo von Archie Gaming, ciao Leute, Musik Musik Musik